Wenn ich das Gefühl habe, dass ich das richtig mache, dann muss ich keine Ansprache geben. Wir laufen und alle können sich das gut machen. Ich freue mich, dass ich das Gefühl habe, dass ich beim Laufboss, beim Sport treibe, beim Sport treiben habe ich das Spiel. Das ist richtig, ihr habt uns gehört. Sport treiben ist gleich, Masken machen, Säcke, Schuhe, Skifahren, Skispringen, wie für seine Anna, zum Beispiel. Das ist eine kleine Phase, aber macht es einfach.